Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa für den PC. Wir haben eine richtig fette Armee hinter uns mittlerweile, weil wir es geschafft haben, die Blockaden zu stören. Oh Gott. Ach du heilige Scheiße, das sind ein paar Gegner. Lass das. Ich glaube, ich werde mal wieder hier auf die... Aua! Ich habe echt nicht viel AP, hört mal auf damit. Ach, ich lasse die einfach nicht vor. Und das ist doch hier eine Mesa. Das könnte doch bedeuten, dass man hier potenziell irgendwo was essen kann, womit ich mich dann eventuell heilen könnte. Nicht. Schade. Okay. Äh, ja, also da können die nicht mit. Das wäre jetzt natürlich richtig ärgerlich, wenn die ab hier jetzt einfach sowieso nicht mehr mitkommen können. Und nicht mehr einfach die Mühe, die alle bis hierher zu bringen, einfach vollkommen umsonst gemacht haben. Und ich könnte wirklich gut mal Heilung brauchen. Also jetzt ohne Spaß. Das ist problematisch. Als ob man das nicht umschieben kann. Okay, ne, ich kann da jetzt... Also ich sehe das Medipack da, ne? Das ist gut so. Aber ich kann halt wirklich nicht mehr in den Nahkampf gehen jetzt. Ähm... Ist gut finden, Moni. Okay. Gib mir Heilung. Und zwar lieber mehr als weniger. Oh. Oh, 66. Nice. Schild würde ich auch gerne mal wieder nehmen. Aber hier, es gibt echt keine Möglichkeit. Dann bleibt halt da. Okay. Weg, 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 weg. Ach, weg, 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 weg! Sorry, brah, du siehst übrigens echt echt eigentlich nett aus, so. Also, lass dich nicht... töten! Diese Viecher machen mich echt fertig. Hier geht es trotzdem nicht auf. Hier geht es aber auch nicht auf. Dann muss ich vermutlich diesen Weg nehmen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Doch, doch, doch. Hier geht es irgendwo rein. Da drüben aber auch. Wenn ich hier über die Lampe klettern würde... Äh, geht nicht. Doch, ich kann schon. Aber ich komme nicht über die Lampe. Und bis dahin schaffe ich nicht. Das sieht halt nach einem Secret aus. Aber da hätte ich, glaube ich, irgendwie eine Kiste oder sowas übrig lassen müssen. Ah, nice. Fuck. Ja, jetzt habe ich halt diese Holzkisten zerstört. Damit könnte es jetzt halt ein bisschen problematisch aussehen, darüber zu kommen. Bzw. hoch. Aber ich glaube, das wäre schon möglich gewesen. Kann ich das noch laden? Oder habe ich schon gespeichert seitdem... Äh! Wo bin ich denn hier? Achso, ich bin einfach kurz vor der Tür. Das ist ja noch okay. 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 Next, 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 next. Okay. So, hier waren noch ein paar einzelne Headcrabs. Aber ich glaube noch eine zweite. Genau. Dich meinte ich. Merci. So, und wenn wir jetzt diese Kiste hier hinsetzen, dann müsste ich doch ziemlich easy hier... Du Wichsspiel. Aber ich gebe mich so leicht natürlich noch nicht geschlagen, denn... Äh, fuck. Moment. Einmal muss ich noch laden, denn ich habe noch eine Verbutung. Denn wir haben noch diese Kiste hier. Deswegen steht ja auch Caution, ne? Ja, das könnte vielleicht wirklich funktionieren. Ein bisschen Obacht. Könnte das was werden. Aber nur eventuell. So. Also, wir setzen die Kiste hier hin. Um erstmal auf das Gerüst zu kommen. Was dann einbricht. Hoch. Achso, wir hätten jetzt natürlich auch einfach die Kiste hier reusen können. Weil man ja jetzt einfach auch so hier... Komm, komm, okay. Das war blöd von mir, aber egal. Hey, hey. Aber das müsste ja dann eigentlich ein Secret sein, weil... Man kann ja nicht verlangen. Na? Müsste sogar ziemlich sicher ein Secret sein. Aber was ist, wenn ich hier jetzt runterfalle? Das traue ich mich jetzt gerade noch nicht. Gehen wir erstmal noch weiter. Fuck off! Wie viele? Hä? Moment, aber hier ist ein Ventil. Das sieht schon wieder so aus, als müsste man das doch irgendwie... Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Das sind die Leute aus dem Titel-Screen. Ich habe wieder nur noch 36 HP. Ach, Mann. Das sieht jetzt irgendwie doch so aus, als hätte man hier lang gemusst, aber das ergibt ja keinen Sinn, weil... Oder wäre ich mit dem anderen... Aber warum... Hä? Ich befinde mich in einer Konfusion. Als ob hier jetzt einfach nur dieses Medipack war. Nee, das ist nicht so. Das... Also glaube... Also wirklich, glaube ich. Das glaube ich halt wirklich nicht. Hm. Es scheint aber... Kann ich mit dem Ventil noch irgendwie hier irgendwo was aufmachen? Wozu sollte ich denn hier ein Ventil finden? Als ob ich hier einfach so ein random nutzloses Ventil finde. Dies glaube... Aha. Glauben sie doch wohl selbst nicht. Wenn ich das Fleisch weit genug bis in den Kühlraum transportiere, vielleicht öffnen sich dann die Türen oder zumindest diese Gatter, Gittergatter, irgendwas? Nein, nicht zurück! Oh. Äh. 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 Habe ich sie jetzt kaputtgebackt? Ne, ich dachte schon. So soll's da hin? Habe ich jetzt einen Blick nicht in eine Optik? Äh. Ein kleines bisschen... Just a little further. Was bringt mich denn in den Schacht? Und da durch. Okay, aber wie komme ich in diesen Schacht in the first place? Der führt ja irgendwo... Das hier geht ja nicht auf. Doch, wieder zurück jetzt. Äh. Keine Ahnung. Echt? Oh. Probieren wir's mal. Einfach wieder zurückzugehen. Das ist ja... Alles krank hier. Das könnte... Ja doch, das könnte tatsächlich der Schacht sein. Aber ist das dann alles hier secret? Und wie hätte man dann darüber gemusst... Wie hätte... Wie wäre man da rangekommen, wenn man einfach alles kaputt gemacht hätte? Ne, oder? Das ist wirklich nur secret, weil in die andere Richtung ginge noch ein anderer Weg. So, jetzt bin ich hier oben, ne? Auf dem Fleischklotz. Und der führt mich zu... 15 Schild. Bitte jetzt wenigstens irgendwas Hilfreiches, weil das war echt ein crazy secret. Du kannst mich mal... Also auf jeden Fall schon mal 15 Schild. Aber vielleicht ja noch mehr hier hinten. Als ob das der Story-Weg ist. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Als ob das der Story-Weg ist. Hä? Es tun sich einige Zweifel in meinem Kopf auf. Ich bin verwirrt. Aber hey, gehen wir erstmal weiter. Ich folge dem Weg jetzt einfach. Ich habe gerade eh nicht so wirklich eine andere Wahl. Ne? Ja, da unten. Ich höre das schon. Ich hoffe, meine drei Kumpels leben noch irgendwie irgendwo irgendwann. Moin. Freeman! Good heavens! You gave me quite a scare. Don't count on the cavalry finding us down here, Doc. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order... We can still climb. Alright, I'll stay here. Yes, I'll secure the perimeter. Alright, let's move. I'll gladly help in any way that I can. But I'll let you know, I was always last... Okay, hey, Kumpels! Kommt ihr wieder mit? Mit ihr mit oder muss ich euch erst wieder ansprechen? Okay, ich werde dich aufhören. Don't worry, Sir, ich werde dich aufhören. Let's get this over with. Das war also wohl der Story-Weg. Und guckt mal, was wir für eine Armee gegadert haben. Alter, ich fühle mich wie ein Suikoden. Da haben alle 108 Sterne rekrutiert. Und alle folgen mir in den Endkampf. Okay, naja, du kannst mich mal am Arsch lecken, du Fotzer. Der eine hat einen echt coolen Synchronschlecher. Der gerade den letzten Satz gesagt hatte. Der gefällt mir. Oh, hier ist wieder so ein Typ. Ne, 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 ne. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Hier killt mir noch irgendwen. Warte mal. Eins, zwei, drei. So muss missen. Was ist mit dir falsch? Das ist aber nur eine begrenzte Anzahl folgen. Ne, ne, alles... Was ist der gesagt? Scared? Ne, leck mich. Ihr kommt alle mit. Each of you. Müssten vier Soldaten ein Scientist sein. Perfekt. und keine Abstriche. Arigato. Arigato gozaimasu. Okay. Burritos und Hamburgers. Ah ja, hier sind wir von oben in der Mensa. Alles klar, sind noch alle da. Hallo. Kommt ihr mit? Bitte? Beach. Okay. Das heißt, ihr verteilt euch... Ja gut, aber das ist okay. Wenn ihr in dem Raum alle hier seid, schaut mal, was ich für eine Armee habe. Der und der. Und der. Und der. Und der. Und der. Das finde ich echt cool. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Original Half-Life so war. Dass man die alle bis hierhin mitnehmen konnte. Aber ich finde es cool. Eigentlich wollte ich dir gerade helfen. Aber... Es ist also aus, als hättest du meine Hilfe nicht nehmen wollen. Naja. Okay. Vielleicht öffnet das hier irgendeine Tür. Es öffnet auf jeden Fall eine Tür, aber... Die ist trotzdem erst nach diesem Sprung, ey. Ah, ich will stay confused. Ah, hier ist nochmal so ein dicker Sprung. Achso, aber hier war ich ja gerade schon. Aber die... Ah, hier ist jetzt alles kaputt. Okay. Da geht's auch nicht höher. Da lang. Äh. Okay. So, bis hier nochmal. Sehr gut, sehr gut. Dann... Wieder hier hoch. Ach, komm schon. Gordon! Stell dich nicht so an! So. Also da will ich jetzt nicht rüberspringen. Stattdessen will ich... Ja, was will ich denn stattdessen? Nani! Ich müsste hier irgendwie die Treppen weiter hoch... Ach nee, Moment, aber da... Achso. Moment mal. Ich sollte einfach diesen Weg wieder zurückgehen. Und dann weiter nach oben gehen. Oh, wir hatten eine Fahrstelle jetzt runter. Ladedaten! Kann ich die anderen jetzt wenigstens auch irgendwie abholen, oder... Feind in Sicht. Nee, ich will aber... Ich will die abholen. Ich werde doch da wohl noch runterfahren können, oder nicht? Moment mal kurz. Resümee. Ja, aber ich will noch woanders hinfahren. Ja, dann lassen wir sie halt jetzt zurück. Oh, das gehört mir hier gar nicht gerade. Oh, mein Gott! Wir sind dumm! Also, ich meine, das finde ich ja gut. Ich will mich nicht beschweren. Aber auf der anderen Seite... Warum ausgerechnet jetzt einmal hier komplett vollheilen, ne? Fast komplett. Ich bin... Ich bin... ...confused. Okay. Ja, also lassen wir die anderen jetzt halt echt zurück, oder wie? Darf ich mir das vorstellen? Gordon, du bist doch nicht so... ...äh... ...selfish, oder? Als ob... ...das nicht geht. Aber ich wüsste gerade halt echt nicht, wie. Ich brauche mal kurz deinen... ...arm. Nicht? Nein! Bleib oben! Hm... Warum kann ich die Körperteile nicht aufheben? Ich sehe ja, was da auf mich war, denn es wäre äußerst unklug. Achso! Das sind gar keine Minen. Ah! Ich habe noch nicht mal gesehen, was es war. Natürlich ein Geschütz. Was auch sonst? Au! Relaxiert euch! Wo kommst du her? Ach, ne, komm hier. So bin ich schon wieder so wenig. Ich habe mich gerade voll geheilt. Oh. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Außer mal so ein bisschen Erfolg. Das könnten Minen sein. Au. Au. Warum mache ich das eigentlich? Aua! Ne, warte mal. Das gefällt mir so nicht hier. Das gefällt mir so nicht. Das machen wir nochmal. Das kann ich besser. Und dafür brauchen wir zuerst mal irgendwie was, was durch diesen Laser fliegt. Scheiße. Ach, komm. Besser. Besser. So. Jetzt nochmal quicksaben. Die Frohfinde mal ordentlich nachladen. Damit wir auch Doppelaufschüsse machen können. Damit die Dinger halt auch wirklich drauf gehen. Und jetzt können wir hier nochmal rein. Pio! 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 Du bist tot. Äh. So gefällt mir das doch schon viel besser. Immer noch nicht ideal, würde ich sagen. Das war jetzt auch gerade wieder kacke. Ich wollte natürlich jetzt erst nachladen. Was passiert in dem Moment? Genau. Hey! Wir respawnen einfach noch ein. Mein Schild kann ich mir damit wieder abschminken. Aber wenigstens ein bisschen. Ah, spä. Scheiße. Oh! Mann! Ja, komm. Schieß mich ab hier. Ich hab's verkackt. Ich wollte eigentlich einfach nur hier dieses zweite Fass zu der zweiten Kanone stellen. Und dann halt dafür sorgen, dass die nicht mehr nerven. Das war ein Herz. Einer wasche ich das Herz, Mann. Passiert das eigentlich wirklich so? Also ich meine ja, ja klar, bei einer Explosion, da kommt es durchaus vor, dass so der ein oder andere Körper halt zerfetzt wird. Aber ich meine, oh. Ach komm. Aber ist es denn wirklich so? Klar, die Organe fliegen ja dann raus auch, aber die sind doch dann halt eigentlich auch irgendwie kaputt, oder? Also du hast doch nicht so ein perfekt abgetrenntes Herz dann am Start, oder? Oder irre ich, habe ich da eine Major Falscheinste... Geh weg. Noch eins gespawnt, da sind sogar noch zwei gespawnt. Geht mir doch nicht auf den Sack hier. Hier, Kopfkrabben. Das rutscht! Da kannst du durchschießen, das ist ja fies. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh! Oh! Das war auch blöd. Ich glaube, es ist ja nicht so kompliziert eigentlich, aber... Halt eigentlich auch doch. Oh nein! Äh... Okay, wie stelle ich das an? Im Wasser hat man weniger Schwung mit einem Sprintanlauf. Scheiße! Ja, genau das habe ich erwartet. Dass ich mich nicht draufstellen kann. Okay, wie komme ich hier jetzt raus? Ich schaff das schon irgendwie. So zum Beispiel. Und tschüss, ihr Hässlichen! Ach, das ist jetzt richtig cocky. Scheiß, wie ich hier! Haha! Oh, hüpf! Moin! Du siehst aus wie ich. Na sicher. Bleib mal zurück, bleib mal kurz zurück. Bleib mal, bleib mal bitte zurück. Weil hier sind so ein paar Minen. Falls ihr es nicht gesehen habt. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch so mit Waffentechnik und sowas auskennt, aber... Wenn man dagegen kommt... Ja. Aber ich würde halt nicht so reinrennen. In die Minen. Sonst passiert sowas. Ach, das hat ja... Ja, dann lauf mir doch einfach nicht in den Weg. Dann brauchst du dich hinterher auch nicht für entschuldigen. Warum stehen hier noch mehr dieser Geschütztürmer? Was ist das überhaupt mit den Dingern auf sich? Und wer waren überhaupt diese fettgerüsteten Soldaten, von denen wir vorhin Leichen gefunden haben? Was ist hier los? Zeitung. Boah, das gefällt mir auch nicht. Wo sind eigentlich die anderen schon wieder hin? Ach, leck mich, Alter. Ich hab bei den anderen ja gemerkt... Wow, wow, wow. Digga, was ist falsch mit dir? Aber warum? Ich dachte, wir sind Freunde. Okay. Das heißt, die Soldaten, die uns retten sollen, sind wohl auch keine Hilfe, beziehungsweise nicht gut gesonnen. Was für ein dreckiges Spiel wird hier gespielt. Ach so, deswegen seid ihr nicht mitgekommen. Mal hier die Treppe. Ja, die Waffe, die wir hier gefunden haben, das ist eine MP. Und wie man unten rechts erkennt, der Alternativfeuermodus, den wir aktuell aber nicht aktivieren können, ist ein Granatwerfer, der an dieser MP5 drangeklebt ist. Was tatsächlich auch an solchen Waffen möglich ist. Also das ist nicht irgendwie so real oder sowas. Jetzt haben wir gerade sogar eine Granate... Nee, doch nicht. Jetzt haben wir eine Granate gefunden. Nee, doch nicht. Das waren nur Handgranaten. Handgranaten gehen da natürlich nicht rein. Da braucht man so einen bestimmten... Dingsförmigen... Dinger. Dann kommst du mit. Okay. Na dann. Viel Spaß beim Sterben. Ich bin der Einzige, der das überleben wird. Ich bin Golden Freeman. Und wieso höre ich ja gerade eine Leiche? Oder war das nur die Leiche neben mir? Ah ja, die Leiche neben mir ist gerade durch den Boden gefahren. Was soll das? Was ist denn falsch mit denen? Aber coole Waffe. Trotzdem halt, wie wäre es, wenn ihr das nicht macht? Wir haben jetzt natürlich alle hier ein Sturmgewehr. Einzelne, eine Präzise Schiffe. Ah, Granate! Ich bin gefühlt nicht mehr als eine dicke Salve. Guteana. Ah! Schild! 79! HP brauchen wir diesmal ausnahmsweise nicht. Das ist gut! Denn es blödelt, wir waren voll gut. Danke für die Schrotmunition. Schrotpatronen. Habe ich gerne. Okay, ich muss echt anfangen zu singen. Aber ich will nochmal kurz gucken, ob hier noch irgendwas spannendes rauskommt. Yeah. Schade. So. Dann folgen wir dem Weg vorbei an den bösen Soldaten. Ach doch, er hat es noch gefangen. Gut. Weil das sollte explodieren und zumindest die beiden erledigen. Oder wir machen es auf Nummer sicher so. Ich glaube, es explodiert doch nicht. Aber um hier ganz locker durchzukommen, ist es schon praktisch. Zumindest die beiden erledigt zu haben. Mhm. 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 Okay, gucken wir erstmal hier unten lang. Ich nehme an, dass ich hier nicht durch kann. Nee, dafür bin ich zu langsam. Ja, wobei mit Sprint könnte das was werden. Ach du Scheiße. Ihr kommt nicht auf meinen Kopf. Vergesst es. Oh, noch eins. War es das? Es sieht aus, noch Munition. Gibt mir aber keine Munition, leider. Okay, hier oben wäre noch so ein Weg. Machen wir gleich. Äh, erstmal sieht das hier doch nach Vorräten aus. Das ist ja nicht Hitman 2, ne? Hier kann ich mich jetzt nicht verstecken und mit dem Truck ins nächste Level fahren. Leider. Oder mitten ins Level rein. Schal. Okay. Aber das führt mich hier oben hin. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist es immer noch ein Secret? Oder ist das hier schon der Storyweg wieder? Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Lass es! Äh! Ich will meine MP-Munie nicht verschwenden, aber ich habe das Gefühl, dass ich dafür echt genug habe gerade. Wobei, es sind halt wieder nur 150 Schuss. Das ist eigentlich, meines Erachtens nach, für eine MP eigentlich echt nicht so viel. Das ist jetzt ein bisschen problematisch hier, glaube ich. Was machen wir denn hier? Jetzt wird es. Ja, das funktioniert. Wie wunderbar. Also, ich habe die dahinter geworfen, in der Hoffnung, dass sie halt hier durchgedingst wird. Lass es! Warte mal auf die armen Wissenschaftler zu töten. Was habt ihr euch denn getan, Mann? Oh, ein Bein. Hallo. Ich glaube, der sollte auch noch sterben eigentlich, aber ich war zu schnell. Er lebt ja noch. Scheiße. Okay. Besser. Und danke für die ganze Munition. Aber ich würde mir die eigentlich trotzdem gerne lieber aufsparen wollen. Manchmal machst du da nichts. So, jetzt sind wir eigentlich... Oh! Oh, der wirft ihn eine Granate her. Irgendwo hier. Alter. Das sind echt viele! Und ich kann halt nicht irgendwie aus der Deckung schießen oder so, ne? das ist eine... Da oben trifft man die? Da jetzt auch nicht ideal, würde ich... Huuuuuuuu! Sagen. Moment, ist da drüben eine Treppe? Ist da eigentlich eine Treppe? Oh Mann, Alter. Cust dich gar nicht. Aua! 3 AP Fuck off Gut, liebe Leute Ich mache an der Stelle einen Cut Wir sehen uns genau da wieder, wo wir gerade gestorben sind Nur, dass ich zu dem Zeitpunkt dann alle Gegner getötet haben werde Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen